Diese Rechtszentrum Nord GmbH ist ein Verbund der verschiedenen IT-Bereiche aus ehemaligen Landesversicherungsanstalten. Novo Nordes ist ein international tätiges Unternehmen der Gesundheitsbranche mit Hauptsitz in Dänemark. Insgesamt sind es in 17 Ländern 28 Standorte. Das heißt, wir sind über die ganze Welt verteilt mit kleinen Büros. Vorteile, also wir sparen Reisezeiten, das Wichtigste aber auch Reisekosten. Und der zweite Aspekt ist, dass wir Schulklassen miteinander kommunizieren lassen wie in Deutschland und Südafrika. In kürzester Zeit hat es die Dekom AG geschafft, nicht nur zu unserem schnellsten Wachsenden, sondern auch zu unserem größten Partner in Zentraleuropa zu werden. Vielen Dank dafür! Wie würden wir die Dekom beschreiben? Hochkompetent, innovativ und kundenorientiert. Ein toller Partner und Spezialist für alles rund um das Thema Video.